KOKAYE MOTO Wir sind KOKAYE MOTO Culture Center e.V. KOKAYE steht für Gemeinschaft und MOTO steht für Feuer, Leidenschaft und Energie. Und wir wollen mit unserer ganzen Energie Projekte umsetzen mit Leidenschaft. Guck mal hier! Doch jetzt lassen Sie mich erst einmal ein paar Worte zum Verein verlieren, bevor wir das eigentliche Projekt vorstellen. Also, der KOKAYE MOTO Culture Center e.V., kurz KMCC, versteht sich wie ein Baum mit vielen Früchten und Blättern. Und jedes Blatt versteht sich als Landeplattform für ein musikalisch-künstlerisches Projekt. So haben wir z.B. schon verschiedene Veranstaltungen organisiert, wie die Veranstaltungsreihe Fresh Please von Aptika, wo wir Künstler promotet haben. Oder wir haben selbst an Veranstaltungen teilgenommen, wie wir zum Tag der Tag sind. Das zurzeit aktuelle Projekt heißt Karl Mixer Mob. Hier kommt ein Pool, ein musikalisches zusammen mit denen wir arbeiten. Es entsteht ein Rekord-Lelise-Schreibe, also ein CD, auf der alle Musiker mit einem Elim-Songs vertreten sind. An dieser Aktion haben sich nun schon 18 Musiker beteiligt und tödlich wird es mehr. Zu dieser CD erscheint noch ein Musiker-Magazin, in dem alle Künstler vorgestellt werden. Das ist ein Projekt, wo Leute sich selbst verwirklichen und der Öffentlichkeit über die CD, auch Festivals und Veranstaltungen, die wir organisieren, zeigen können, dass man seine Energie aufwägen, die Spaß machen zu einem Produkt führen kann. Dieses Projekt ist also ein künstlerisches Sozialprojekt, wo Musiker auf ihrem steinigen Weg unterschritten werden. Für dieses neueste Projekt von KNCC suchen wir auf diesem Wege hier Sponsoren, denn die Produktion der CD und das Magazin kosten natürlich was. Ja, nun fragen Sie sich vielleicht, ja was bringt mir das? Dann kann ich Ihnen nur sagen, Sie tun was Gutes für die Gesellschaft, dass ein gemeinsames interkulturelles Miteinanderleben gelingen kann. Und nicht zuletzt entstehen auch jede Menge Werbeplattformen, sei es in dem Musik-Magazin in Printvariante oder auf Bannern, die wir auf den Festivals aushängen werden. Wenn Sie unser Projekt gut finden und es finanziell unterstützen möchten, dann wollen wir uns jetzt schon mal hier auf diesem Wege bedanken. Dankeschön. Ich sage einfach Danke, Dankeschön für das Mitmachen. Wir freuen uns auf Sie, auf uns, auf Gesellschaft zusammenhalten und Spaß dabei haben. Dankeschön. Bless you. One love. Dankeschön.